Hello and welcome zu Tag 18. Wir werden jetzt... Die hat uns gerade eröffnet. Im Pinkbox-Kalender gibt's nix mehr. So, drei Ampullen von Barbour. Richtig cool. Hier haben wir eine ultrageile Verpackung, ein exfolierendes Lippenserum. Finde ich, sieht sehr schön aus. Hier kommt der Kracher. Wir haben eine kleine Version von dem Privacy-Spiel. Das finde ich ziemlich geil. Hier gibt es Coffee. Die Bella Crema, Selektion des Jahres. Im ersten Brand-News-Kalender gibt's Mini-Bagel. Und das im zweiten, das sind so Schoko-Herzchen mit Marshmallows gefüllt, woraus man Kakao machen kann. Also die kann man einfach schmeißen. Ultra geil. Das gab's bei Just Spices, eins meiner Favoriten. Tomatensalz. Richtig gut. Boah, einfach eins der größten Türchen. Oh lala, Kaninchen-Häppchen. Wie liegst denn du da? Das sind wir gelöst.